Meine Damen und meine Herren, vor euch steht der viermalige Goldmedaillengewinn. Jetzt habe ich dir all deine Goldmedaillen abgenommen, aber du hast ja noch eine, und zwar die Bronzene, weil du drittklassig bist, im Gegensatz zu mir. Weißt du, Bronze ist die Farbe der Versager, denn Bronze tragen diejenigen, die gegen andere verloren haben. Und genau deshalb verdienst du nur eine Bronzene-Medaille und ich die Goldene. Diese Nacht ändert alles. Keine Regeln und keine Ausreden beim härtesten Event des Jahres. NEW XTREME 7 Und nur 24 Stunden vorher drehen wir die Stimmung schon mal richtig hoch mit NEW No Regrets. Der Mega-Event Anfang Mai, am Freitag, den 4. Mai, NEW No Regrets und am Samstag, den 5. Mai, NEW XTREME 7. Holt euch die Tickets zum Doppel-Event auf new-wrestling.de und seid live in der Halle dabei. Das dürft ihr nicht verpassen. Doppel-Event Anfang Mai, am Freitag, den 5. Mai, NEW No Regrets und am Freitag. Doppel-Event Anfang Mai, am Freitag.